Was geht ab zu neuen Video auf diesem Kanal? Heute zu einem kleinen Short Video, wo wir über den Ant-Man 3 Trailer reden und was meine ganz kleine Meinung hier dazu ist. Mal ganz kurz gesagt, der Trailer kam heute Nacht um 31.30 Uhr raus und ich bin halt da eingeschlafen, deswegen konnte ich ihn live nicht schauen, aber meine Meinung generell dazu ist es sieht ziemlich cool aus, das CGI ist an manchen Ecken auch ein bisschen kritisch und ich denke das meistbesprochene Thema des Trailers ist auf jeden Fall Modok wo ich der Meinung bin, dass es okay ist, so wie es ist, weil es ist in Goofy Charakter und das ist normal also ich finde das gut, dass es so scheiße aussieht, weil es ist ein Goofy Charakter, keine Ahnung, der ist dafür da, dass es scheiße ist Kang sieht sehr cool aus, auch sehr coole Lines bis jetzt im Trailer und so und Ant-Man und so weiter sieht auch sehr cool aus, was ganz mit der Quantenebene passiert und so weiter an sich freue ich mich sehr auf den Film und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Babywesen, ciao